Leute willkommen zu einem schönen ah creepy spiel das deserbte Haus was built in 1970 haben sich alle umgebracht bock 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 hallo ich bin über die ja gehen wir mal rein no loading ok we are inside the house the dining room ja worauf basierter spielen indem man einfach mal alles anklickt was da ist ein Bild da ist was boah what 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 oh shut up weg 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 ah ok ich war es nicht ja 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 was denn jetzt ja ho boah pfff fuck leckmilch ja next room das haben wir hier noch die 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 schon mal vor während dieser wunderschönen Ladezeit die 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 jen das ist jetzt er hat er das freundlich Dose Preußen 3 und hat sich was geändert für Prozesse Prozesse Watt Fakt auch mehr Baden-Wandel Acht Scheiß Fakt eine Fresse da hat einer die Leitung scheiß Schatten die Seite ist leer und jetzt was ist das das ist Frisur, Haare Ah! Puh! Fuck! Ah, schnell! Schnell! Puh! Küche, ja Küche, Küche ist gut Was zur Hölle ist das hier bitte für eine Küche? Das ist doch keine Küche Ah, da haben wir eine Puppe Also die hat sich grad nicht selbst bewegt Ich können mit dem Mauskörser drauf bekommen Ja Okay, was können wir hier noch so anwählen? Den Kalender Cancer-Treatment Ah, da hat wohl irgendjemand Krebswürdig mal sagen Wir haben den 5. März Freitag Geh weg, du Hässlige Puppe, du Boah, ich wette wenn ich da noch ein paar Mal mehr draufklicke, dann verändert die sich Geh weg Okay Machst du noch irgendwas? Okay Äh Ja, immer noch der 5. März Das Datum hat sich nicht geändert Ja, das ist eine sehr schöne Puppe Oh Oh Hallo Äh Ich Anker Tais, wer bist du? Ohohohoho Ohohoho Ok, bei der Puppe passiert nichts mehr immer auf 5. März oh, das ist so nachgefallen, was ist das denn? Aha, St. Martin Scotle-Schule Student ID, Miss Maria S. Julie, Code ID Blablabla Ah ja Puppe vielleicht noch Das gefällt mir gerade ganz so gar nicht Ah Boah Fuck Oh, mein Gott Okay Es geht mir gut I'm fine Boah Hä? Okay Während der Ladezeiten Pff, haben wir alle Zeit um uns zu beruhigen Es lädt noch Was ist das für ein Living? Das soll ein Wohnzimmer sein? Das ist eine verdammte Baracke So, was können wir denn hier anwählen? Äh, das da links, das Radio Und das Bild Hallo, Sir Sonst noch irgendwie Nee Ich werde es gerade mal anmachen Geht nicht Oh Gott Der hat aber Pomade Drei Kilo Na, Hacke Ok, jetzt hätte ich mich Ein ganz klein wenig Erschrocken Glotz Stabiliert, ich starrt zurück Du Arschloch, du Ok, die Musik gefällt mir gerade Überhaupt nicht Fall ab, los, weg Ok Sorry, good bye Sorry, good bye Heißt es, honey? Honey, ja I'm so lucky Blablabla Und ich liebe dich, oh, blablabla 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 Glotz Das Radio Ich will da den Sender Oh Eine Knarre Ja, eine Knarre God Damn Woho Ok What Ey, irgendwas passiert da gleich wieder Definitiv Irgendwas kommt da gleich wieder Wo Ho Ok Next room Last room Wie auch immer Korridor Letzter Raum Da unten Man sieht es Ok Am schlimmsten war aber die Küche Die blöde Kuh Da ist einfach so runtergefallen Blablabla Blablabla Das Ist Ah, wir können das Licht anmachen Oh Verdammt, jetzt ist kaputt Ich war gerade so schön so Blink, Blink Licht an, Licht aus Ich habe meine Familie sehr geliebt und deswegen habe ich sie alle umgebracht Wo ist die Logik? Das ist die einzige Sache, die ich kann tun, um zusammen zu bleiben Okay, wir sind in der Pause eines Psychopathen Geh, geh weg, geh, hau ab Geh weg Ach, verfick dich Boah Weck mich am Arsch Okay Okay, das war der erste Teil So, jetzt Beruhigen Äh, so, äh Man sieht sich in den nächsten Videos Boah, heilige Scheiße